Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video mache ich den großen Hosting-Partner-Vergleich für Foundry VTT. Es gibt ja drei offizielle große Hosting-Partner von Foundry, die alle euch ein Abo anbieten und ihr habt dafür die vollständige Foundry-Installation und könnt ohne euch einen Server einrichten zu müssen, einen Server warten zu müssen, direkt mit Foundry selber loslegen und in Foundry-Welten erstellen und so weiter. Es gibt weitere Hosting-Möglichkeiten, die eine ist das Selbsthosten, das ist aber nicht für alle möglich, auch ich kämpfe mit einer recht langsamen Internetverbindung und es gibt noch die Möglichkeit des Free Oracle oder ich glaube sogar bei Amazon gibt es auch eine Möglichkeit ein freies Hosting zu nutzen oder aber man mietet sich einen externen Server-Partner, also einen externen Online-Server und richtet den ein. Das ist aber alles mit Einrichtung und Installation verbunden und deshalb vergleiche ich in diesem Video und auch weil ich es am meisten getestet habe, diese drei Hosting-Partner. Das heißt, wenn ihr bei einem dieser Hosting-Partner euch einen Account einrichten wollt und euer Hosting dort einrichten wollt, dann könnt ihr in diesem Video einmal kurz von mir so einen kleinen Überblick bekommen, was bekommt ihr da eigentlich und wo sind eigentlich die Zielgruppen meiner Meinung nach für diese einzelnen Hosting-Partner. Die Hosting-Partner selber habe ich euch im Detail nochmal in separaten Videos vorgestellt, findet ihr auf meinem Kanal. Ich werde es auch gegebenenfalls nochmal verlinken, weil einblenden kann ich drei gleichzeitig nicht, wobei ich kann die Playlist, ich blende die Playlist hier einmal ein, dann könnt ihr euch durch die Details der Hosting-Partner einmal durchklicken. Bei The Forge muss man aber direkt mal sagen, The Forge ist sehr fleißig und fügt neue Features und so weiter hinzu. Das Video ist also schon ein bisschen älter. Es gibt mittlerweile auch einen Chat, der außerhalb des Spiels stattfindet, sodass man sich mit seinen Spielern auf der The Forge-Webseite über einen Chat austauschen kann und und und. Also das ist ein bisschen veraltet. Trotzdem die Basics, die Grundlagen für das Hosting, die ich hier auch zum Vergleich heranziehe, gelten hier ebenfalls. So, ich werde mich jetzt einmal kurz ausblenden, damit ich den Molten nicht die ganze Zeit hier bedecke und starte mit meinem Vergleich mit The Forge. Das ist auch der aufwendigste und am weitesten verbreitete Hosting-Partner. Erstmal schauen wir uns die ganze Subscription, die Plans und das Pricing an. Ihr habt erstmal als Spieler ein komplett freies Konto. Wenn ihr Spieler seid, benötigt ihr, um bei Spielen der Spielleiter teilzunehmen, in der Regel ein The Forge-Konto. Das könnt ihr euch komplett kostenlos einrichten, damit authentifizieren. Da benötigt ihr nichts und müsst nichts zahlen. Das erste Tier fängt beim Game Master an für 3,99$ bzw. 4,49$ monatlich und hat die Basisfunktion. Dieses hier will ich so ein bisschen aus dem Vergleich ausschließen, denn es funktioniert grundsätzlich wie die anderen beiden. Ihr seid nicht ganz so viel auf der Website unterwegs und habt auch nicht alle Funktionen. Ich habe das hier auch nicht getestet, um euch das im Detail vorstellen zu können. Ich bin tatsächlich bei dem Storyteller selber angefangen für 8,08$ monatlich oder halt 8,99$ monatlich, wenn ihr monatlich zahlt. Das ist der Jahresplan, glaube ich. Nicht nur glaube ich, steht ja drunter. Und bei dem habt ihr zwei Funktionen, die sehr, sehr wichtig sind, um den Unterschied zu den anderen beiden zu machen. Das ist der Game Manager und das Advanced User Management. Ganz kurz zu beiden. Der Game Manager sorgt dafür, dass ihr verschiedene Spiele, also Welten sind es dann, wenn ihr im Foundry Jargon bleibt, anlegen könnt. Und eure Spieler können sich mit dem Link zu diesen Welten jederzeit verbinden. The Forge managt automatisch den Start der richtigen Welt. Habt ihr eine Lizenz, wird geguckt, läuft schon eine andere Welt, ist dort schon ein Spieler drauf, dann kriegt der Spieler eine Federmeldung. Läuft keine andere Welt, wird automatisch die Welt gestartet und der Spieler kommt rein, ohne dass ihr als Spielleiter was machen müsst. Das ist der Game Manager. Zusätzlich könnt ihr, wenn ihr mehrere Foundry-Lizenzen habt, zwei oder drei, dann darf man ja auch mehrere Spiele parallel laufen lassen, dann würde er auch zulassen, dass ihr mehrere Spiele von euren Spielern oder von euch starten lassen könnt. Das heißt, ein Spiel läuft, ihr seid gerade am Spiel vorbereiten und ein Spieler aus eurer anderen Runde, aus eurer anderen Welt will kurz in seinen Charakterbogen schauen, dann kann diese Welt auch gestartet werden. Dafür sorgt der Game Manager, ein ganz großes Feature, was die anderen beiden Server-Anbieter nicht haben. Außerdem gibt es das Advanced User Management. Das sagt dafür, dass ihr die Benutzer in Foundry, in euren Welten, an die The Forge-Benutzer, die eure Spieler haben, koppeln könnt und die ganzen Berechtigungen über die Forge-Nutzer verwaltet. Auch das funktioniert sehr, sehr gut. Der letzte Tier ist der Worldbuilder-Tier. Der kostet 11,66 Dollar, wenn ihr jährlich zahlt oder 12,99 Dollar mit einer monatlichen Rechnung. Also beim jährlichen Plan ist natürlich auch 11,66 Dollar monatlich abgerechnet. Dort bekommt ihr zusätzlich nochmal ein ganzes Stück mehr Speicherplatz. Da gucken wir gleich rein. Ihr bekommt Live-Kit-Servers. Das bedeutet, Live-Kit ist ein Audio-Video-Server-Anbieter, wo ihr über Foundry das integrierte Audio-Video nutzt, aber über die Server laufen lassen könnt. Und das integrierte Audio-Video von Foundry, das funktioniert für ein paar Gruppen gut, aber sobald da merkwürdige Internetverbindungen bei euren Spielern sind, geht das ganz schnell in die falsche Richtung. Also ich persönlich habe gar keine guten Erfahrungen mit dem Integrierten gemacht. Die Live-Kit-Server, die dann hier direkt drin integriert und nutzbar sind, funktionieren so viel besser. Ihr müsst ein Modul installieren, Live-Kit-AV heißt es, glaube ich, und dann könnt ihr das Ganze nutzen, direkt in diesem Plan inbegriffen und braucht nicht noch zusätzlich das Patreon von Live-Kit. Abschließend kostet, glaube ich, 5 Dollar bei Patreon pro Monat oder ihr müsstet euch selber einen Server einrichten. Das ist hier direkt integriert. Kurz vorab, Molten-Hosting, ich durfte das schon testen, hat sowas ähnliches geplant. Ich weiß allerdings nicht, wann und ob das released wird. Stand jetzt ist, dass weder Foundry-Server noch Molten-Hosting das anbieten. Von Molten habe ich aber schon mal einen Testzugang zu Live-Kit-Servern bekommen, aber da gibt es zurzeit keinen Plan oder nichts, was ich euch ankündigen kann. Vielleicht frage ich nochmal den Anbieter und schreibe es in die Kommentare, aber aktuell gibt es das nur bei The Forge und im Worldbuilder-Tier. Dann gibt es die Save Points und Automatic Game Snapshots. Backups, die automatisiert sind, finden also wirklich nur hier in diesem finalen Tier statt. Das ist nachher wichtig, wenn wir uns die anderen einmal anschauen. Hier unten habt ihr nochmal im Detail aufgeschlüsselt, wie viel Speicherplatz bekommt ihr. Auch das ist eine Besonderheit bei The Forge. Dort rechnet man einmal die Game-Data-Quota und die Assets-Library-Quota. Das habe ich auch in meinem ausführlichen Video vorgestellt, kurz vorab. Das ist wirklich die Game-Data, wo drin steht, welche Akteure sind in eurer Welt, welche Module sind aktiv, wie sind die Szenen konfiguriert und so weiter. Und in der Assets-Library liegen alle eure Bilder, Videos, Audio-Dateien und die werden hiergegen gezählt. Es ist ziemlich schwierig, auch wenn das hier nach wenig Speicherplatz klingt, die Game-Data-Quota vollzubekommen. Meine größte DSA-Welt, wo ich meine Kampagne-Leiter hatte, glaube ich 300 MB, 200 MB und es wurde nochmal massiv reduziert als bei den Modulen von DSA bei The Forge selber, was umgestellt wurde. Ich glaube, da war ich dann nur noch bei 100 MB. Also wenn ihr den Storyteller nutzt, dann habt ihr grundsätzlich kein Problem mit dem Speicherplatz. Es gibt noch je Tier ein File-Size-Limit per Asset. Fertig sind recht großzügig, bin ich auch nicht gegen gestoßen, sollte man aber definitiv wissen, dass es das gibt. Hier sind nochmal die einzelnen Funktionen, die ich jetzt nicht im Detail besprechen werde, sind für den Vergleich auch nicht ganz so wichtig. Nochmal wichtig ist aber, dass ihr hier bei einem jährlichen Preis nochmal zusätzlich Speicherplatz kaufen könnt für eure Assets-Library. Also das geht bei allen, glaube ich, dass man Speicherplatz erhöht, wobei bei Foundry-Server bin ich mir nicht ganz sicher. Sollte aber gesagt werden, dass ihr hier nochmal zusätzlich einen Speicherplatz gewinnen könnt oder auch die Upload-Größe erhöhen könnt, wenn ihr das benötigt. Aber das kostet zusätzlich. Das wäre erstmal im groben The Forge. Das nächste wäre Foundry-Server, was wir uns angucken. Foundry-Server hat auch, nee, Moment, eine Sache bei The Forge will ich noch erwähnen. Ihr habt bei The Forge einen 14-Tage-Test-Zugang. Das heißt, ihr könnt 14 Tage The Forge testen und ausprobieren. Ich kann euch nur empfehlen, macht das nicht als Spielleiter alleine, sondern testet wirklich direkt mit euren Spielern ein, zwei Tage mal, wie das Ganze funktioniert, um das wirklich unter den Live-Bedingungen zu testen, wie gut ihr das findet oder nicht. Also es bringt euch nichts. 14 Tage als Spielleiter hier herumzubasteln und dann, wenn ihr es doch abschließt, als Spiel in der Runde festzustellen, für eure Spieler funktioniert das nicht. Deshalb testet es 14 Tage mit euren Spielern zusammen. Jetzt kommen wir aber zu Foundry-Server. Foundry-Server bietet einen ganzen Strauß an Angeboten. Ich glaube, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Angebote haben sie insgesamt startet bei 4,95 Dollar monatlich und geht hoch bis 45,95 Dollar. Die Basisinformationen, die hier drinstehen in dieser Karte sind einmal der Speicherplatz, den ihr habt, die Bandbreite, mit der hoch und runter geladen wird. Bei mir wird es häufig durch meine eigene Bandbreite begrenzt tatsächlich. Und die Serverdaten, das ist schon sehr technisch, muss man sagen. Ich finde, der Basisplan, die 4,95 Dollar reichen aus. Ich habe damit ein Spiel getestet. Das lief super, war gar kein Problem. War jetzt kein hoch, anspruchsvoller ist. Also ich habe DSK dort geleitet. Das hat nicht ganz so viele Compendien und so weiter. Ich vermute aber mal gerade hier bei dem Standardplan, der eher passend ist von der Speichergröße auch, da solltet ihr schon keine Probleme mehr mit irgendwelchen Performance-Dingen haben, weshalb ihr das fast ignorieren könnt. Aber es steht hier drin. Wichtig zu wissen, dass im kleinsten Plan der Server nach drei Stunden in Aktivität herunterfährt. Das sollte man gesagt haben. Das ist ein Unterschied zu allen anderen, wo ihr 24,7 den Server zur Verfügung habt. Hier müsstet ihr natürlich als Spielleiter dann den Server immer anschalten, wenn eure Spieler sich verbinden wollen bei diesem Plan. Ihr habt Recovery Points, wo ihr zurückgehen könnt auf einen bestimmten Punkt. Hier ist es monatlich, startet es. Hier ist es wöchentlich. Und bei diesem ist es schon täglich. Das sind eure Backups, die automatisch in jedem dieser Pakete gemacht werden. Ihr habt einen 5-Tage-Free-Trial. Also im Gegensatz zu The Forge habt ihr 5 Tage zum Testen. Hier habt ihr 14. Die 5 Tage, auch da solltet ihr definitiv mit euren Spielern in irgendeiner Art und Weise diese Verbindung testen, ob sie für euch funktioniert oder nicht. Und ihr habt einen FTP-Support. Das bedeutet, damit ladet ihr Dateien hoch oder nicht. Da komme ich aber beim Vergleich später nochmal zu. Das steigt, wie gesagt, primär steigt hier der Speicherplatz. Und eine Besonderheit bei Foundry Server fängt hier im Advanced Level an. Wo wir Speichergrößen haben, die keiner der anderen Partner erreicht. Wir haben 50 GB, 75 GB und 1000 GB an Speicherplatz. Was aber sich natürlich auch so ein bisschen in den Kosten widerspiegelt, die wir haben. Aber das ist im Advanced Level so der Haupt-Selling-Point bei Foundry Server selber. Und dasselbe schauen wir uns jetzt nochmal bei Mulden Hosting an. Mulden Hosting gehe ich ein bisschen für runter. Da haben wir hier die Pricing Plans. Auch hier vorab. Wir haben 7 Tage Free Trial. Also 7, 5, 14 als Testversion. Startet bei 4 Dollar pro Monat mit 5 GB Speicherplatz. Wir haben Foundry mit unbegrenzten Welten. Das haben wir generell eigentlich immer. Das ist hier nochmal aufgelistet. Wir haben hier auch FTP-Support. Die beiden gleichen sich. Hier haben wir beim Basisplan eine Stunde Idle Shutdown. Beim Pro 2-Hour Idle Shutdown. Und beim Elite 3-Hour. Das ist hier aber nicht ganz so schlimm. Denn Mulden Hosting bietet einen Server-Wake-Up-Link, sag ich mal. Damit können eure Spieler den Server wieder hochfahren. Das heißt, hier ist der Shutdown nicht ganz so kritisch, weil der Server wurde eine Stunde nicht benutzt. Dann fährt er herunter und mit dem Link können eure Spieler das Ding einfach so aufwecken. Hier haben wir startend wöchentliche Backups. Dann haben wir nächtliche Backups. Schon beim Pro, beim 8 Dollar und beim Elite On-Demand Backups. Kleiner Bonus, der steht hier nicht. Der geht nämlich beim Mulden Hosting. Beim Mulden Hosting könnt ihr nicht nur, ich muss mal kurz gucken, ob ich das hier irgendwo finde, einen Server laufen lassen. Ihr könnt direkt in euren Account, den ihr abschließt, einen zweiten Server einrichten, der nebenbei betrieben wird. Und damit habt ihr zwei Server, die betrieben werden können. Für einen dritten benötigt ihr einen zusätzlichen Mulden Account mit einem weiteren Plan. Für den nächsten Server bezahlt ihr, glaube ich, nicht ganz so viel. Ich muss nochmal genau nachschauen. Vielleicht blende ich es auch einmal ein, wie viel ihr hier bezahlt. Ich finde es hier jetzt nicht auf die Schnelle. Ich hatte den Pro-Plan, glaube ich, und hatte einen zweiten Server dort zur Verfügung, damit ich eine D&D und eine DSA-Runde parallel betreiben kann. Wichtig ist aber natürlich, ihr benötigt auch zwei Foundry-Lizenzen, damit das überhaupt funktioniert. Denn ihr müsst in jedem dieser beiden Foundry-Server eine Lizenz hinterlegen. Und hinterlegt ihr dieselben, dann geht ihr im schlimmsten Fall einen Lizenzbruch, wenn beide Welten parallel betrieben werden. Sollte man wissen. Ansonsten gibt es bei dem mittleren Plan noch einen Customer Support in Discord. Den habt ihr hier nicht. Dann habt ihr E-Mail-Support in dem obersten. Und beim unteren, genau, das ist es. Second-Server-Slot for Testing. Aber man kann ihn auch als produktiv betreiben. Dafür zahlt man dann halt nochmal ein bisschen was. Es gibt hier auch Speicherplatz-Erhöhungen. An die Preise komme ich jetzt gerade nicht ran. Aber ich glaube, im 10-Gigabyte-Schritt für 5 Dollar oder für 10 Dollar kann man hier den Speicherplatz erhöhen. Das sind so die Basis-Daten-Fakten von allen drei Hosting-Anbietern. So, jetzt habt ihr einen groben Überblick über alle drei Hosting-Partner. Aber, wie gesagt, im Detail stelle ich sie in anderen Videos vor. Ich will jetzt einmal meinen persönlichen Vergleich euch noch präsentieren. Also, erstmal grundsätzlich zur Performance. Ich habe alle drei getestet und kann sagen, Foundry-Server und Mulden-Hosting funktionieren fast wie lokal oder alle anderen Hosting-Services. Wenn ihr natürlich einen großen Ordner öffnet, in dem ganz viele Bilddateien sind, müsstet ihr alle runterladen. Hängt von eurer Internetverbindung ab, wie schnell das funktioniert. Da merkt man schon einen Unterschied, als wenn ihr lokal auf eurem Server arbeitet, wobei eure Spieler dann ein ähnliches Phänomen haben. Als Spieler interessiert einen das aber eher weniger. Nur, dass ihr das einmal wisst. Das hat aber nichts mit der Performance dieser drei Hosting-Services zu tun. Wie gesagt, The Forge, jein. Aber bei diesen beiden auf jeden Fall nicht. Das hat eher mit eurer Internetverbindung zu tun. Und ansonsten vom Arbeiten und vom Bewegen der Token und, 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 habe ich bei beiden nicht gemerkt, ob ich auf meiner lokalen Maschine unterwegs bin, oder aber ob ich im Hosting-Service bin. Das war grundsätzlich kein Problem. Alle drei Server-Anbieter bieten sowieso europäische Server. Wir haben hier einen in Frankfurt. Ich weiß nicht, wo der steht. Und auch The Forge bietet mindestens einen europäischen Server für eure Sachen an. Also von daher solltet ihr da bei der Server-Anlage und bei eurem Account aufpassen, dass ihr euch einen europäischen Server nehmt. Und dann sollte es eigentlich da keine Probleme geben. Und diese beiden funktionieren da sehr, sehr gut. Was man natürlich bei allen drei sagen muss, als Einschränkung im Gegensatz zum lokalen Hosting, oder auch vielleicht anderen Online-Services, sie sind preisleistungsmäßig im Vergleich zu anderen, was den Speicherplatz angeht, natürlich etwas hinten an. Gerade wenn ihr animierte Maps nutzt oder das JB2A-Package für Animationen oder viele Audio-Dateien, dann kommt man relativ schnell an seine Speichergrenzen. Bei diesen Partnern muss ein Tier erhöhen, wenn möglich, oder sogar Speicherplatz hinzukaufen. Wie gesagt, bei Foundry-Server gibt es große Pakete, bei den anderen beiden könnt ihr jeweils Speicherplatz für die einzelnen Anbieter hinzukaufen. The Forge sticht bei allen drei durch zwei Dinge heraus. Punkt eins ist, und das muss man wissen, gerade in Deutschland, Foundry-Server und Mulden-Hosting bieten nur Kreditkartenzahlungen an für diese Abschnitte. Das heißt, habt ihr keine Kreditkarte, sind diese beiden Server-Anbieter sowieso für euch raus, weil ihr nicht per Paypal oder anderen zahlen könnt. Das ist bei The Forge anders. The Forge bietet die Möglichkeit zu Paypal. Ich weiß nicht, ob es noch weitere Möglichkeiten gibt, aber Paypal ist ja somit das verbreitetste, was man hier auch in Deutschland nutzen können sollte. Und das habt ihr nur bei The Forge. Da könnt ihr natürlich auch Kreditkarte zahlen, aber hier habt ihr die Möglichkeit auf Paypal, und damit wären die anderen beiden leider schon raus. Außerdem muss man bei The Forge sagen, dass die ganze Mechanik mit der Web-Oberfläche und was The Forge aus Foundry macht, deutlich einsteigerfreundlicher sind für euch, weil ihr euch nicht mit gewissen Server-Dingen hier rumschlagt. Wir haben es schon gesehen, wenn ich nochmal zurück ins Pricing gehe, wir haben hier diesen SFTP-Support, und dasselbe haben wir auch, wenn wir hier über Mulden-Hosting sprechen. Das heißt, ihr müsst euch ein FTP-Programm wie FileZilla oder CyberDuck, habe ich zum Beispiel genutzt, einrichten. Das funktioniert alles. Ihr kriegt dafür Support, das ist alles dokumentiert. Trotzdem kann das schon eine Einstiegshürde sein. Bei The Forge funktioniert so gut wie alles über die Web-Oberfläche, oder ihr seid in der Foundry-UI unterwegs, und hier habt ihr für das Managen der Daten nochmal ein zusätzliches Programm, was ihr benötigt. Es gibt bei Mulden-Hosting, bei Foundry-Server, bin ich mir nicht ganz sicher, auch eine Web-UI dafür, aber ich sag mal so, richtet euch lieber ein FTP-Programm ein mit der Server-Verbindung. Das funktioniert einfach so viel besser, wenn ihr mehrere Dateien hochladen wollt. Ansonsten kann man natürlich auch zum Hochladen von Dateien Foundry selber nutzen. Das ist kein Problem. Auch die ganze Funktionsgeschichte, die ihr zusätzlich bekommt in The Forge, ist deutlich mehr als das, was die anderen bieten. Wie zum Beispiel jetzt dieses Miteinander-Chatten, dass man Game-Data exportieren, importieren kann. Das geht relativ schnell. Das ist aber auch bei den anderen beiden so. Ich habe es bei allen drei Hosting-Partnern geschafft, in kürzester Zeit vom Hosting, vom Server-Hosting, die Dateien runterzuladen. Der Download hat natürlich ein bisschen gedauert, wenn das viel war. Aber das Ganze runterzuladen, bei mir lokal in eine lokale Installation zu packen und direkt weiterzuspielen. So habe ich immer meine Backups gemacht, wenn ich nicht ganz sicher war, ob einer der Partner zur Verfügung stand. Habe ich vorher einmal meine ganzen Daten runtergeladen, sie nochmal lokal gepackt, sodass man hätte auch bei mir lokal spielen können. Ich habe die Möglichkeit dazu als Alternative, nur so, dass ihr es wisst. Man kann die Daten halt herunterladen. Aber wie gesagt, das The Forge-Angebot ist im gesamten ganzes Stück größer. Jetzt kommt für mich aber ein Nachteil von The Forge, den ich bei den anderen als Vorteil verbuche. Und das ist ein sehr persönlicher Vor- und Nachteil. Die anderen eigentlich auch, aber der hier ist sehr, sehr persönlich. Und zwar bin ich, wie ihr wisst, in der DSA-Entwicklung beteiligt. Und ich baue auch andere Module, wie zum Beispiel ein D&D-Modul, was ich über das Skriptorium veröffentlicht habe, Aventurium 5e, für kurze Eigenwerbung hier. Und das ist bei The Forge nicht mehr ganz so einfach möglich, Module zu entwickeln. Das habe ich in der Zeit, wo ich bei The Forge war, rein lokal gebaut, weil The Forge, den Link, der verweist auf das Bild, auf den Token, auf den Szenenhintergrund, auf die Playlist, also auf die Musik in der Playlist, der wird komplett umgebaut und umfunktioniert, damit er in The Forge mit dieser besonderen Asset-Library, die ihr habt, funktioniert. Und damit ist ein Modul, was ihr in The Forge baut, nahezu unbrauchbar zur Veröffentlichung für andere. Das muss man wissen, wenn man jemand ist, der wirklich Power-User ist in diesem Bereich, sehr viel Individualisierung und Entwicklung betreibt, dann ist The Forge mit dem, wie es Module behandelt und damit umgeht, deutlich umständlicher. Es sind viele Sachen trotzdem noch möglich. Man kann individualisierte Module, also wenn ihr ein Modul euch herunterladet und dann individualisiert, also anpasst und dann wieder hochladet. Das ist mittlerweile möglich in The Forge. Trotzdem habe ich es hier als sehr, sehr umständlich empfunden. Und als jemand, der solche Use-Cases hat, könnte The Forge dann tatsächlich nichts für euch sein, sondern eher im Bereich Foundry-Server und Molden-Hosting, wo ihr passt, so wie als würdet ihr lokal hosten, die ganze Bedienung und die ganze Server-Infrastruktur habt. Da könnt ihr dann ein ganzes Stück besser mit umgehen. Wobei ich für die lokale Entwicklung eigene Foundry-Installationen lokal eigentlich primär empfehle. Aber hier ist es zumindest deutlich, deutlich besser möglich. Und das solltet ihr abwägen, bevor ihr euch auf The Forge stürzt. Außerdem muss ich in Sachen Performance noch einmal ergänzen, dass ich bei The Forge die schlechtesten Erfahrungen hatte. Ich hatte, das ist aber anderthalb Jahre her, muss man dazu sagen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, wie ich vor anderthalb Jahren. Und ich weiß, The Forge hat daran gearbeitet und es ist besser geworden. Und trotzdem merke ich, jedes Mal, wenn ich bei The Forge spiele oder auch die Spiele eingerichtet habe, also meine Welten konfiguriert habe, dass es langsamer ist als die anderen beiden. Die Tokenbewegungen sind manchmal ein bisschen laggy, hängen hinterher. Das öffnende Asset-Library dauert länger. Ich ziehe oder ich starte eine Welt und bis die Assets überhaupt geladen sind, da ist The Forge ein bisschen langsamer. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich sehr empfindlich bin bei solchen Sachen. Das kann natürlich sein, dass es für euch völlig irrelevant ist und euch das überhaupt nicht stört. Deshalb ist es wichtig, dass ihr diese 14-Tage-Trial probiert. Außerdem hatte ich vor anderthalb Jahren wirklich viele Runden, viele Sitzungen, in denen The Forge Probleme hatte und nicht zur Verfügung stand. Ich bin noch auf dem Forge Discord und habe das Gefühl, das ist deutlich besser geworden. Aber zum Vergleich, in der Zeit, wo ich ein Jahr knapp bei Moltenhosting war, hatte ich bei Moltenhosting ein Problem, was im Discord aufgetaucht ist und besprochen wurde, dass es Serverprobleme gab. Und ich selber hatte keine einzige Runde, die wegen Problemen bei Moltenhosting ausfallen musste. Während der Zeit gab es bei The Forge sieben Meldungen, dass die EU-Server Probleme machen. Ich glaube, zehn waren es insgesamt für alle Server dann. Also das heißt, bei The Forge gibt es immer mal wieder Probleme. Das war jetzt nicht nur vor anderthalb Jahren, sondern im Verlauf des ganzen Jahres, wo ich bei diesen Hosting-Partnern war. Einschränken muss man aber natürlich sagen, Moltenhosting hat eine ganz viel, viel kleinere Userbase. Es kann natürlich sein, dass Probleme dort auch gar nicht bemerkt worden sind und so weiter. Trotzdem ist es mir sehr bewusst aufgefallen, als ich die Meldung bekommen habe, dass die Server down waren bei The Forge. Das ist wirklich, ich habe nachgeschaut, einmal Moltenhosting, eine offizielle Ankündigung, und zehnmal The Forge, davon sieben in der EU. Das war schon, oder sechs, das war schon bahnberechend. Ich weiß aber auch, dass The Forge sich dem Problem bewusst ist und regelmäßig daran arbeitet und verbessert, dass das nicht mehr vorkommt. Und die sind deutlich besser geworden, als noch zu der Zeit, als ich es getestet habe. Leider kann ich dazu nicht viel zu Foundry-Server sagen. Ich bin zwar auch auf dem Discord und es gab vor kurzem einen Umzug, nach dem Umzug der Server-Infrastruktur vom Hosting-Partner, gab es natürlich Probleme und die finde ich auch, das ist völlig legitim. Die zählen doch nicht mit rein. In der Zeit, seit ich mal auf dem Server bin, gab es keinen einzigen Komplettausfall oder einen, sagen wir einen, da war es, das ist relativ wenig, aber ich habe lange nicht so viel Zeit hier investiert wie bei den anderen, glaube aber, dass es sich dort mit den anderen beiden deckt. Natürlich ist es so, wenn einer dieser drei Hosting-Partner vor euch wegbricht, ist eure Runde gelaufen. Ein weiterer Vorteil von The Forge ist meiner Meinung nach, wenn man mehrere Lizenzen hat, und dazu gehöre ich, kann man hier ohne mehrere Pläne und Accounts anzulegen, die mehrere Server laufen lassen. Das ist gar kein Problem, ihr gebt eure Lizenz-Keys bei The Forge ein, die werden dort hinterlegt, dann weiß The Forge, ihr habt zwei oder mehr Lizenzen. So viele Welten können parallel laufen, das war hier überhaupt kein Problem. Das habe ich tatsächlich bei den beiden anderen vermisst. Auch beim Molten-Hosting könnt ihr euch zwar einen zweiten Server anlegen, weil Molten-Hosting aber nicht weiß, ob ihr zwei verschiedene Keys verwendet, können diese nicht parallel laufen. Also ihr könntet hier im Elite zwar einen weiteren Server-Slot bekommen, aber ihr könnt sie nicht parallel laufen lassen. Der eine beendet immer den anderen, sobald ihr ihn startet. Das heißt, da müsst ihr auch mehrere Pläne machen, bei Foundry Server genau dasselbe. Das ist ein Riesenvorteil von The Forge, wenn ihr dort seid. The Forge ist allgemein auch etwas bekannter und hat eine deutlich größere Entwickler-Base. Also da ist nicht nur der Kakarotto, wie er heißt, der das Ganze entwickelt, sondern da sind auch noch ein paar andere, die ihn dort unterstützen, die sind ein bisschen größer. Ich muss mal kurz gucken, dass ich die Namen hier im Discord von den anderen finde. Hier ist es Versace Hovercraft. Der ist, glaube ich, alleine komplett mit dem Hosting, aber immer erreichbar, sehr schnell reagiert. Hatte ich wirklich gar keine Probleme mit dem Support selber. Und dann will ich einmal schauen, dass ich ihn finde. Das ist der G-PAR-Dex, der hier Foundry Server betreibt. Ihr werdet im Impressum auch die Realnamen finden. Ich werde mich jetzt an die Discord-Namen halten. Aber auch er war super hilfreich und hat sich mal entschuldigt bei mir, als ich gefragt habe, ich hatte beim Anlegen Probleme mit meinem User-Account, hat er sich bei mir entschuldigt, dass es ein paar Stunden gedauert hat, weil er am Schlafen war. Also was den Support angeht, alle drei Hosting-Partner, super nette Community, super netter Server. Am Ende liegt es tatsächlich an euch, was ihr benötigt. Ich finde, The Forge ist so die Allgemeinwaffe, wenn man sehr, sehr basic unterwegs ist in Foundry, und sich nicht mit diesem ganzen FTP-Kram und Foundry-Menü auseinandersetzen will. Und auch die Features, die ihr on top kommen, genießt oder halt keine Kreditkarte hat. Foundry-Server und Mulden-Hosting tun sich beide nicht ganz so viel. Ich bin super zufrieden gewesen bei Mulden-Hosting, aber auch Foundry-Server hat in meiner Testphase hervorragend funktioniert. Das ist so eine Abwägung vom Pricing, was ihr hier am Ende habt, und die Features, die vielleicht so ein bisschen unterschiedlich sind, aber so richtig groß unterscheiden sich die nicht. Außer, dass ihr bei Foundry-Server wirklich die Möglichkeit habt, nochmal richtig große Speichermengen zu bekommen, und nicht einzelne Speichererweiterungen hinzuzukaufen, wie beim Mulden-Hosting. Das wäre es zu diesem Vergleichsvideo. Wie gesagt, die anderen Hosting-Möglichkeiten außen vor, das sind die drei Partner, die ich euch vorgestellt habe. Habt ihr dazu Fragen oder Anmerkungen, oder habe ich Features vergessen, weil es gibt garantiert noch einiges mehr an Features? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!